Überladung in den Bergheft! Überladung in den Bergheft! Hörss! Hörss! Hörss bitte! Die Musik muss ein... Was reißt du denn so? Zum Mittag hat's ein Reißfleisch. Hörss! Hörss! Beruhig dich jetzt! Bitte! Der Juri macht jetzt einen Einlauf... Entschuldigung! Deine böse Tritt übertrag sie auf uns auch schon. Bitte sei ruhig jetzt. Juri, einen Eingang. Bitte! Überladung in den Bergheft! Überladung in den Bergheft! Jägerlå! Jägerlå! Der kom ein, das schöne Mädchen da her! Jägerlå! 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 Aber Mädchen tanzt's nicht so hoch! Jägerlå! 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 Ja, da får man bissel so hin und her Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Wien her vorn Ja, ja, ja Ja, ja, ja Da fühlen wir uns wieder heim Ja, ja, ja Ja, ja, ja Kein Text, Hader Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Da läßt man kein Mädchen stehn Ja, 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 ja Was? Erst du hast gesagt, er lasst hier kein Mädchen stehen in Wien. Ich hab gesagt, ich schon. Ich bin verheiratet, keusch und religiös erzogen. Ich schon, ich darf nicht. Ja, aber jetzt müssen wir wirklich aufhören. Wollen wir schon bitte durstig werden? Was ist jetzt? Stimm? Bitte, Herr Moik, Karl, einen Tee, bitte. Hoxenblütentee. Und, ich kann mir den? Ja, wir. Kalli, Kalli, komm an. Entschuldigung, oh, die stehen wieder. Ciao. Was ist denn, Hirst, was ist denn? Also, Prost benannt. Hallo. Ha. Ja, ha, 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 ha. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da 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 da! Untertitelung des ZDF, 2020